Grüezi miteinander, mein Name ist Bommer, ich bin der Inhaber der Firma Taxi Albatross. Wir führen Personentransport aus Taxi und Kurier und das 24 Stunden, 365 Tage. Wir haben einen Kleinbus, wo sieben Personen Platz haben, wir haben auch zwei Limousinen und ein Kombi für grössere Transporte. Wir sehen uns wieder am Bahnhof Regensdorf, sie können uns auch Vorbestellungen aufgeben und wir führen sie pünktlich und zuverlässig aus.